Hallo, tut mir leid, dass es ein bisschen später losgegangen ist. Irgendwie lag das an den Farben. Wie geht's euch? Gut? Konferenz bisher gut? Ich bin Michaela, bin ich zu laut? Ich höre mich so hallend. Perfekt? Okay, ich bin Michaela, ich bin UX-Designerin und Frontend-Entwicklerin aus Berlin. Ich habe da das Glück, das meistens und auch jetzt seit fünf Jahren mit meiner eigenen Firma zu machen. Wir heißen Geil Danke. Wir sind zu zweit meistens. In fünf Jahren, ihr könnt euch vermutlich vorstellen, da haben wir echt viele Projekte bisher gearbeitet. Manche ziemlich groß, sorry, mit vielen Developern, vielen Designern, noch mehr Projektmanagern, manche eher klein, wo man dann wirklich sich um alles kümmern muss. Und was die Projekte aber so gemeinsam haben, ist, dass wir oft an Web-Apps oder noch öfter eigentlich an Hybrid-Apps arbeiten und da sehr, sehr häufig AngularJS eingesetzt haben. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch in Zukunft mit Angular 2 so weitermachen. Ja, und deswegen bin ich eigentlich heute hier, um euch einen groben Überblick über Angular 2 zu geben, denn später gibt es ja noch drei Talks, nochmal zu speziellen Themen in Angular 2, sodass ihr da gut vorbereitet seid darauf. Hier mal die Agenda, das sind so die Themen, die ich ansprechen will. Ich hoffe, ihr kommt zu allem. Ich will kurz euch zeigen, was Components sind, wie das Data-Binding in Angular 2 funktioniert, euch die Template-Syntax zeigen und noch etwas über Services, die Dependency Injection und wenn möglich auch noch über Pipes erzählen. Ich beginne aber jetzt mal nicht mit den Components, sondern vielleicht mit einer größeren Überblicksfrage, nämlich, was ist Angular 2 eigentlich? Und hier habe ich einen schönen Tweet gefunden, ich kann es lesen. Esfen schreibt, naming the new JavaScript framework Angular 2 to attract AngularJS developers is like calling Automobile Buggy 2. Angular 2 wurde von Grund auf neu geschrieben, das heißt jetzt nicht, dass Leute, die mit AngularJS irgendwie entwickelt haben, wirklich alles vergessen müssen, was sie jemals gelernt haben, aber das bedeutet auf jeden Fall, dass auch wer bisher noch nicht AngularJS geschrieben hat, eigentlich einen sehr, sehr guten Einstieg in Angular 2 finden kann. Eine weitere Frage, die sich vielleicht stellt, weshalb wurde das von Grund auf neu geschrieben, also wie kommt man dazu, ein Framework, was eigentlich total erfolgreich ist und oft eingesetzt wird, jetzt nochmal komplett neu zu entwickeln. Und als Geisteswissenschaftler gehe ich an die Frage hermeneutisch ran und überlege, was war denn so zu der Zeit, als AngularJS entwickelt wurde, im Jahr 2009 und ich habe da mal Statistiken rausgesucht, nämlich hier aus dem Juni 2009 die Top 10 Screen Resolutions. Da ist keine einzige dabei, die kleiner als 800 Pixel ist, also da waren noch wirklich noch nicht viele Leute mit mobilen Devices im Internet. Andere Probleme, die Webentwickler damals hatten, war vielleicht hier diese Statistik noch, ja, drei Internet Explorer, sechs, sieben und acht unter den Top 10 Browsern im Juni 2009, an sowas wie den Vortrag, den wir eben gehört haben, oder auch nur ES 2015, JavaScript Modules, Web Components, hier vor allem Shadow DOM und Templates, da hat noch niemand dran gedacht damals. Und deswegen dürfte auch klar sein, dass, wenn man sagt, wir verwerfen jetzt erstmal alles und wir verwerfen vor allem auch die Unterstützung für Internet Explorer 6 zum Beispiel, da kann man doch ein sehr viel moderneres Framework jetzt nochmal bauen, wenn wir da von Grund auf neu beginnen. In der Doku, oder ich glaube in der offiziellen Readme, bezeichnet Angular das Team selbst, Angular 2 als Plattform. Sie schreiben, Angular ist eine Development Platform for Building Mobile and Desktop Web Applications und ich glaube, da können wir uns vorstellen, dass es einfach ein bisschen mehr sein will als nur ein Framework. Angular 2 ist zum Beispiel Plattform-Unabhängig, das heißt, wir können Code für den Browser schreiben, wir können aber auch Angular 2 Applications in Web Workern laufen lassen ohne DOM, wir können native Apps schreiben mit Native Script oder React Native und wir können serverseitig die Seiten rendern, Node.js einsetzen, PHP und .NET dafür. Wir sind außerdem so eine Art Sprachunabhängig, das heißt, die Applications können wir nicht nur mit JavaScript schreiben, sondern auch mit TypeScript und Dart. Ich dring mal kurz fest, sonst meine Stimme so rauf. Am meisten wird zur Zeit, glaube ich, TypeScript eingesetzt. Es wurde eben auch schon mal erwähnt in dem Vortrag, TypeScript ist eigentlich nichts anderes als eine sehr strikt typisierte Obermenge von JavaScript. Das heißt, wir können unsere ES5-Features benutzen, aber auch ES2015-Features einsetzen, Arrow-Functions, Modules, Classes und wir können eben TypeScript-Features einsetzen. Zum Beispiel eben die Typisierung oder auch Decorators, da gehe ich später nochmal drauf ein. Als letztes zum groben Überblick über Angular, die haben außerdem sehr hohen Wert drauf gelegt, dass wir unabhängig von Paradigmen programmieren können und dass unser Code oder unsere Apps testbar und performant sind. Für die Performance, habe ich ja eben schon mal genannt, wir haben serverseitiges Rendering, wir haben Viewscaching und wir können die Webworker benutzen. Testbar werden die Apps, weil für Unit-Tests zum Beispiel Karma und Jasmine gut integriert sind und End-to-End-Tests mit Protractor möglich sind. Und dass wir von Paradigmen oder Programmierparadigmen unabhängig sind, bedeutet eigentlich, dass wir jetzt nicht gezwungen sind, irgendwie nach MVC oder Reactive zu schreiben. Das heißt, wir sind da eigentlich frei, wenn wir Angular 2 Apps entwickeln. Das bedeutet nicht, dass wir völlig konzeptlos da vorgehen müssen. Angular Apps sind modular. Ich benutze jetzt Angular als Synonym mal für Angular 2 und AngularJS für Angular 1, falls ich das überhaupt nochmal erwähne. Angular Apps sind modular, das heißt, bestenfalls bestehen unsere Applikationen aus verschiedenen Modulen, Komponenten, die auch bestenfalls lose gekoppelt sind und alle vielleicht so wenige bis eine Aufgabe übernehmen sollten. Meistens exportieren die dann einfach eine Klasse. Im Code könnte das so aussehen, vielleicht auch nochmal ein kleiner Disclaimer, ich werde nicht so cool live coden, wie der Vortragende davor, was echt beeindruckend war, aber ich müsste mich hier nur viel zu schlimm an die Syntax erinnern, während ihr mir dabei zuschaut. Es wäre ganz schlecht, deswegen hier alles drin in den Folien. So könnte das aussehen. Stellen wir uns vor, wir haben zwei Komponenten oder zwei Module, Component und Another Component. Die obere exportiert die Klasse mit dem Export Statement und unten in der Another Component wird es über das Import Statement die Klasse wieder importiert. Hinter dem From steht der Modulname, der File Name in dem Fall. Dieser Punkt Slash bedeutet eigentlich einfach nur, dass es im selben Folder liegt. Genau. Das sind jetzt auch schon die Module, die so vielleicht am häufigsten vorkommen oder sehr wichtig sind, nämlich die Components. Und da steigen wir jetzt gleich mal ein. In der Doku steht, a component controls a patch of screen real estate that we could call a view. Wir haben also eine View, ein Template mit Markup und wir haben dazu die Component, eine Klasse sozusagen, einen View Controller, der eben steuert, was in der View angezeigt wird und das Ganze wird verknüpft durch Metadaten. Hier mal ein Beispielcode dazu. Oben importieren wir ein Angular-Modul, sodass man überhaupt Components erstellen kann. Darunter folgt dann der Decorator, den ich vorhin schon erwählt habe. Der fügt in dem Moment zwei Metadaten der Komponente hinzu, nämlich einmal der Selektor, in dem diese Komponente laufen soll und das Template. In dem Fall ist das eine statische Headline, einfach mit einem String drin. Und ganz unten kann die Component-Logik dann eingefügt werden. Das ist dann die Klasse der Komponente, die wir hier exportieren. Nochmal hier ganz kurz zum Decorator. Das ist, glaube ich, ein Proposal für ES7 auch. In Angular setzen wir das ein, um die Metadaten der Komponente zuzuordnen und somit zu sagen, dass Angular weiß, wie die Komponente erstellt werden soll. In dem Fall, wie ich schon gesagt habe, ist unser Metadatum ein Selektor und das Template. Die Decorators erkennen wir daran an dem Add-Zeichen. Und Sie können Klassen oder auch einzelne Properties eben mit den Metadaten anreichern, in dem das davor steht, der Decorator. Die Sonntag sieht jetzt vielleicht ein bisschen fancy aus. Wir können, wie gesagt, Angular auch mit ES5 schreiben. Und hier rechts können wir dann auch sehen, eigentlich ist das sozusagen nur eine vereinfachte Syntax, dieser Decorator, diese Decoratorsyntax. Also Syntactic Sugar, indem wir eben dieser Komponente die beiden Metadaten hier geben. Ein letzter Punkt zu den Komponent-Decoratoren. Wir müssen das Template auf keinen Fall inline da reinschreiben. Auch wenn wir Styles übergeben, müssen wir die nicht inline in den Komponent-Decorator schreiben, wenn wir das nicht wollen. Sondern wir können da auf Files verweisen und haben dann so sozusagen unsere JavaScript-Component-Datei oder TypeScript-Datei und eben vielleicht eine HTML-Datei mit dem Template und CSS-Dateien mit den Styles für die jeweiligen Komponenten. Komponenten können auch ineinander verschachtelt sein. Das ist vermutlich häufig der Fall. Ich habe hier so ein einfaches Beispiel. Eine Chrome-Extension, die ich mal geschrieben habe. Da haben wir einerseits die App, die ist dafür zuständig, oder die Chrome-Extension ist dafür zuständig, Links zu speichern in Bookmarks. Wir haben also unsere App, die gesamte Liste an Bookmarks und wir haben aber innerhalb der Apps sozusagen Child-Komponenten. Jeweils ein Bookmark wäre jetzt eine Komponente. Grafisch dargestellt könnte das auch so aussehen. Ich zeige euch das mal in einem Code-Beispiel. Nicht unbedingt von dem Bookmark-Code, sondern nehmen wir an, wir wollen eine App schreiben, die alle Talks der Enter.js auflistet. Da haben wir einmal die App für die Enter.js und da drin einzelne Talks, wären dann Child-Komponenten. Schauen wir uns gerade an, wichtig ist hier vielleicht nur der Selektor, der dann natürlich später in der Parent-Komponente verwendet werden soll. Die Parent-Komponente könnte so aussehen. Wir würden die Talk-Komponente der einzelnen Talks importieren und dann im Template eben den Selektor der Child-Komponente verwenden. In dem Fall würde sie einfach nur einen Talk anzeigen und nicht alle, aber ihr seht, im Template wird eben der Selektor-Talk-Komponent der Child-Komponente verwendet. Wichtig ist, dass wir die Talk-Komponent auch noch danach als Direktive, als Metadatum in den Decorator schreiben. So, ich trinke nochmal einen ganz kurzen Schluck. So, wie läuft das jetzt ab mit den Daten? Das ist, wenn wir Daten aus der Komponente in der View verwenden wollen oder umgekehrt. Dafür ist das Data-Binding zuständig. In der Doku steht, Data-Binding is a mechanism for coordinating what users see with application data values. Der Fall wäre also dieser. Wir haben Daten in der Komponente im Model und wollen die in der View anzeigen. Dafür gibt es erstmal in der ersten Zeile die Interpolation mit den zwei geschleiften Klammern und darunter Property-Bindings. Was wir verwenden, ist eigentlich egal, denn intern werden die Interpolations eben genau in Property-Bindings umgewandelt. Wer sich jetzt wundert über die komische Syntax mit den eckigen Klammern, laut Spec ist das auf jeden Fall auch noch valides HTML. Das heißt, Attribute dürfen mit eckigen Klammern beginnen. Und Angular wandelt das dann in DOM-Node-Properties um intern. Das heißt, wir können hier sozusagen mit dem Property-Binding-Text-Content direkt auf das HTML-Node-Property-Text-Content zugreifen und dadurch eben den Inhalt verändern, dynamisch. Es gibt noch spezielle Property-Bindings, um auch Dinge zu verändern, die nicht Node-Properties sind, nämlich für Attribute, Klassen und Styles. Die Syntax würde dann so aussehen. Genau. Und jetzt sehen wir hier schon, um von der Komponente zur View Data-Binding zu erlauben, gibt es eben diese beiden Interpolations und Property-Bindings. Wie ist das jetzt umgekehrt der Fall? Um Daten aus der View in der Komponente zu verwenden, gibt es die Event-Bindings. Das macht Sinn, weil wir meistens Daten im Model verändern wollen, wenn was aus der View kommt, nachdem irgendwas in der View passiert ist. Also ein Klick auf einen Button oder um damit was zu löschen oder ein Input-Element, da wurde was reingeschrieben. Dafür gibt es dann Event-Bindings. Die Syntax ist recht einfach. In runden Klammern steht der Event-Name. Das kann ein natives Event sein, wie hier das Klick-Event oder auch ein Event, das wir selbst geschrieben haben. In dem Fall würde die Talk-Komponente, sobald das Talk-Deleted-Event gefeuert wird, eben die Delete-Talk-Funktion aufrufen. So, in beide Richtungen. One-Way-Data-Binding habe ich also vorgestellt. Es gibt auch noch das Data-Binding über NG-Model, das in beide Richtungen fließen kann, nämlich das Two-Way-Data-Binding. Ein einfaches Beispiel sehen wir hier. Das geht über die NG-Model-Syntax mit den runden und den eckigen Klammern. Was würde hier passieren? Das heißt, sobald ein User etwas in das Input-Element eingibt, würde das Model verändert und dadurch auch unten im Paragraph-Tag der angezeigte String geändert werden. Viele geben da als Eselsbrücke für die Syntax irgendwie Banana in a Box an, so zwei Runde in eckigen. Ich glaube, man kann sich das auch so merken, vor allem, wenn man weiß, woher es kommt. Denn einmal binden wir eben das Model über ein Property-Binding an die View und umgekehrt sagen wir, Model höre bitte auf Änderungen. Sobald sich in der View etwas ändert, ändere auch das Model. Und auf diese Art entsteht das Two-Way-Data-Binding. Bleiben wir mal kurz noch bei Templates und der Template-Syntax. Templates display data and consume user events with the help of data-binding. Das steht in der Doku. Das haben wir eben gesehen. Ein paar weitere wichtige Punkte von der Template-Syntax wären die eingebauten Direktiven. Da gibt es ng-style, ng-class, ng-for, ng-if und ng-switch. Ich beginne mal mit ng-style. Wir hatten ja vorhin schon gesehen, dass wir mit Property-Bindings auch Styles verändern können. Es gibt aber alternativ dazu noch eine Direktive, ng-style. Die hat den Vorteil, dass wir mehrere Styles auf einmal verändern können oder auch zum Beispiel Funktionen aufrufen können, die dann sich um die neuen Styles kümmern. Dasselbe ist bei der ng-class-Direktive. Wir könnten eine Klasse auch über ein Property-Binding ändern. Wir können aber eben auch die Direktive benutzen und so direkt mehrere Klassen ändern. Vielleicht auch über eine Funktion. Ich würde sagen, da hält man sich dann an seine Code-Conventions, die man einmal festgelegt hat. Die letzten drei Direktiven, ng-for, ng-if und ng-switch, sind Structural Directives. Die beginnen alle mit einem Sternchen. ng-for ist, Entschuldigung, ich muss gerade kurz noch was trinken. ng-for als erste Structural Directive. Nach dem Ist-Gleichzeichen kommt eine Art Microsyntax, in dem Falle let talk of talks. Und das bedeutet hier, schau dir einmal das Array talks an, speiche für jedes Item in dem Array das Item in einer lokalen Variable talk und verwende das dann in dem Paragraph-Tag. Das heißt also, für jeden Talk innerhalb des Talks-Arrays würde hier ein Paragraph erstellt werden. Und wir können innerhalb des Paragraph-Tags eben auf die Values nochmal von dem Talk-Element zugreifen. Das funktioniert natürlich auch mit Custom-Elements, die wir benutzen können. Und wir können auf den Index zugreifen. Was natürlich praktisch ist. So, als nächstes ng-if. Das Element wird dann gerendert, wenn die Expression hinter dem Ist-Gleichzeichen wahr ist. Das heißt, wenn die nicht wahr ist, wird das Element auch komplett aus dem DOM-Tree entfernt. Es ist also ein Unterschied, wirklich, ob ich mit ng-style irgendwie was ausblende oder einblende. Das Element ist immer noch im DOM. Oder wenn ich mit ng-if das Element einen ausblende, dann wird es tatsächlich aus dem DOM-Tree entfernt. So, und als letztes ng-switch. Ich glaube, wir können uns alle was darunter vorstellen. Die JavaScript schreiben, hier wird genau das Element gerendert, mit dem die Expression wahr wird. Und falls es keins gibt, wird der, in dem Fall der letzte, das letzte Element gerendert, das ng-switch-default-Element. So, und ganz zum Schluss, ein letzter Teil nach den Direktiven. Wir können außerdem in Templates auch noch auf lokale Variablen erstellen und dann darauf zugreifen, das gesteht mit dem Hash. Hier legen wir für das Input-Element die Talk-Variable an und können eben darunter auf diese Talk-Variable und damit auch auf den Value vom Input-Element zugreifen. Genau. So, ich habe jetzt eigentlich das meiste schon zu Components und der Template-Syntax gesagt. Unsere Apps bestehen natürlich nicht nur aus Components oder View-Controllern und Views. Bestenfalls, wer die alle wissen, lagert man vielleicht Rechen-Operationen, die in vielen View-Controllern vorkommen, in Services aus. Angular schreibt in der Doku, a service is typically a class with a narrow, well-defined purpose. Das sagt damit auch schon alles, denn es gibt eigentlich keine Services in Angular. Es gibt Klassen, aber es gibt jetzt keine Service-Superklasse, von der alle Services erben. Wir haben also einfach nur Klassen. Ein beliebtes Beispiel ist vielleicht eine Klasse, ein Service, der sich um das Holen von Daten und das Verwalten von Daten kümmert. Das heißt, unsere Talk-Komponenten würden sich nicht selber darum kümmern, die Daten zu holen, sondern sie würden sagen, sich an einen Service wenden, der ihnen die Daten gibt. Und in dem Service wird vielleicht entschieden, ach, hole ich die Daten jetzt gerade über HTTP, über das Web oder hole ich sie vielleicht aus dem Local Storage und übergebe sie so weiter. Diese Talk-Service muss natürlich dann von Komponenten verwendet werden. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Mechanismus, um die Klassen in Komponenten zu verwenden, bestenfalls dieselbe Instanz. Und dafür gibt es die Dependency Injection. Angular's Dependency Injection System creates and delivers Dependent Services just in time. Dependency Injection ist eigentlich ein Design Pattern, gar nicht ein Feature eines speziellen Frameworks. Und das Design Pattern, nachdem wir entwickeln, das besagt eigentlich nur, Module kümmert euch nicht selbst in eure Dependencies, sondern lasst das Framework das machen. Das heißt also, das Framework guckt, welche Komponenten, welche Module haben welche Abhängigkeiten und kümmert sich dann selbst darum, dass diesen Komponenten die Instanz der Dependencies gegeben wird. In dem Fall macht das Angular auch so. Nehmen wir an, wir haben unsere Enter.js App-Component und die möchte jetzt auf den Talk-Service zugreifen. Bevor die Komponent von Angular erstellt wird, schaut der Injector sich die Komponent an und sieht dann, aha, sie möchte gerne den Talk-Service verwenden. Ich habe hier schon eine Instanz des Talk-Service und diese wird dann übergeben. Wenn es noch keine im Injector gäbe, würde der eine erstellen und ihm dann die Instanz als Talk-Service zur Verfügung stellen und eben vielleicht anderen Komponenten, die auch später den Talk-Service nutzen wollen. Im Code könnte das so aussehen. Wir importieren oben erstmal das Modul, den Talk-Service und müssen dann noch als Metadatum festlegen, dass dieser Talk-Service auch eine Instanz des Talk-Service uns gegeben werden soll über die Provider-Eigenschaft. Und danach können wir im Konstruktor eben auf diese Klasse, diesen Service hier verweisen und danach darauf zugreifen. Das Ganze funktioniert auch hierarchisch. Das heißt, wir haben das eben in unsere Parent-Komponente injected den Service. Der Service würde danach auch unseren Child-Komponenten zur Verfügung stellen. Und würden wir vielleicht beim Bootstrappen einen Service ganz oben in die Root-Komponente injecten, würde diese Instanz, diese Service-Instanz der ganzen App zur Verfügung stehen. Nicht nur Komponenten können natürlich Dependencies haben, sondern auch Services selbst, also einfache Klassen. Das geht eigentlich genauso, wie wir hier sehen, außer dass unsere Klassen, da sie ja keine Komponenten sind, auch keinen Decorator, keinen Component-Decorator haben und wir dadurch nicht die Provider-Eigenschaft festlegen können. Deswegen gibt es hier den Decorator-Injectable und der sagt sozusagen Angular nur, Achtung, diese Klasse hat selbst noch Dependencies. Mehr ist da nicht der Fall. So, ich glaube, ich bin sogar relativ schnell. Spreche ich euch zu schnell? Müsst ihr vielleicht mal so machen. Wir sind hier nämlich schon nach Komponenten, Data-Binding, Template-Syntax, Services und Dependency-Injection, bleiben uns erstmal die Pipes. Jetzt kann ich ja kurz eine Umfrage machen. Wer kennt die Filter noch in AngularJS? Genau, das sind die Pipes. Pipes transform Displayed Values within the Template. Ein paar wenige, glaube ich, gibt es nicht mehr. Ein paar neue sind hinzugekommen. Vieles wird euch dann jetzt bekannt vorkommen. Wir, ich beginne mal mit zwei einfachen, sehr, sehr einfachen Pipes. Der Uppercase und der Lowercase-Pipe. Da kann sich echt jeder denken, was da passiert. Unten steht immer, wie das gerendert dann aussehen würde in dem Comment. Nämlich einmal eben ein String in Uppercases und einmal in Lowercases umgewandelt. Wir haben eine Date-Pipe, die funktioniert, indem wir ein Muster angeben oder auch ein Keyword, wie wir hier sehen. Das können wir für Teile aus einem Datenobjekt machen, wie das Datum, aber natürlich auch für andere Teile aus einem Datumsobjekt, wie der Zeit. Hier werden also einfache Datumsobjekte einfach in einen String umgewandelt, der formatiert ist. Wie ihr vielleicht seht, es kommt hier wenig darauf an, wie das Muster angeordnet ist. Also Punkte oder Striche oder auch die Reihenfolge spielt eigentlich gar keine Rolle. Sondern was gerendert rauskommt, kommt auf den Local des Users an. Das heißt, wenn ich hier oben diese drei Varianten, würden alle in Deutschland zu Punkten zwischen den Tagen und Monaten führen und in US-amerikanischen Browsern, also zu den Slashes und der korrekten Darstellung. Wir haben außerdem eine Currency und eine Percent-Pipe, mit der wir Geldbeträge und Prozentwerte formatieren können. Es gibt eine Number-Pipe, mit der Zahlen formatiert werden können, also zum Beispiel Dezimalstellen angehängt. Oder auch eine Slice-Pipe, mit der wir Arrays oder Strings slicen können. Und ganz unten sehen wir schon den Fall im letzten Beispiel, wir können diese Pipes auch hintereinanderketten, chainen. Die JSON-Pipe ist neu, die gab es bisher nicht. Das ist wahrscheinlich, jetzt für die Produktion brauchen wir die wahrscheinlich nicht so oft, aber vielleicht zum Debugging. Wir können nämlich JSON als String ausgeben. Hier in dem Fall unten, vielleicht macht das manchmal Sinn. Wir slicen ein JSON-Objekt und geben uns den ersten Teil irgendwie aus und sehen eben nicht mehr nur Object-Object zum Debuggen. Und eine letzte neue Pipe haben wir hier, die Async-Pipe. Die ist dafür da, um Werte anzuzeigen im Template, die asynchron nachgeladen werden. Das funktioniert im Hintergrund so, dass wir die Pipes einem Promise oder einem Observable subscribt. Das können wir uns aussuchen. Und solange wie das Observable oder das Promise nicht aufgelöst werden, gibt es hier einen leeren String zurück. Und während es dann aufgelöst wird, wird der Wert eben zurückgegeben, der da kommt, und eine Change Detection ausgelöst. Das heißt, in der View werden die Daten neu angezeigt. Auf die Change Detection gehe ich ganz gleich nochmal ganz kurz ein. Als letztes, nur um die Pipes zu vervollständigen, wir können Custom Pipes schreiben. Ich habe letztens nach der Syntax gegoogelt und seitdem mag ich den Namen Custom Pipes, weil ich habe hier diese Custom Pipe gefunden. Es gab ganz tolle Custom Pipes. Hier ist die Unicorn Custom Pipe. Naja, das musste irgendwie rein. Genau, Custom Pipes machen wir mit dem Pipe Decorator. Da können wir den Namen der Pipe festlegen und eben in der Transform Method dann sagen, wie wir den Input formatieren und ausgeben möchten. In dem Fall wird eben abgeschnitten der String, der da hinterlegt wird, und dann mit drei Punkten danach angezeigt. Also wir können Text kürzen mit drei Punkten. Das ist hier das Pipe Beispiel. Jetzt nochmal ganz kurz zur Change Detection. Da gibt es auch später noch einen Talk dazu. Deswegen will ich da eigentlich gar nichts wirklich dazu sagen. Ich will mir selbst den Talk anhören. Angular looks for changes to data-bound values through a change detection process that runs after every JavaScript event. Nur kurz als Info, der Change Detection-Prozess, der wurde auch komplett geändert und beruht jetzt, ups, keine Ahnung, wieso das immer passiert. Wo ist Keynote? Der Change Detection-Prozess wurde nochmal neu geändert. Es beruht jetzt auf Zones. Später erfahrt ihr auf jeden Fall dazu mehr, wenn ihr euch den Vortrag anschaut. Ich glaube heute Abend. Auf jeden Fall ist die neue Change Detection wohl einer der Hauptgründe dafür, dass Angular 2 sehr, sehr viel schneller nochmal ist im Rendering als Angular 1. als was wir alle eigentlich gehofft hatten. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, auch ohne Code-Beispiele, nur damit der Überblick vollständig ist. Angular war ja schon immer gut mit Forms. Für Forms stehen uns mit Angular 2 mehrere Varianten zur Verfügung, wie wir sie erstellen können. Nämlich einerseits, wie früher, wo sehr, sehr viel im Template geschieht, im Markup geschieht, die Validierung hauptsächlich im Markup geschieht. Und wir können andererseits Model-Driven Forms schreiben. Das heißt, die Validierung geschieht eher im Model. Es wird vom Template losgelöst und ist dadurch vielleicht auch ein bisschen besser testbar. Man kann diese zwei Konzepte auch mischen. Das muss man sich vielleicht einfach dann anschauen, wie es für dasjenige Projekt am besten ist. Und als letzten Punkt nochmal hier auf die Styles eingegangen. Angular is the ability to bundle component styles with components, enabling a more modular design than regular style sheets. Ich habe ja vorhin schon mal über Web-Components gesprochen kurz. Wer weiß, was Web-Components sind? Doch, recht viele. Die anderen müssen es vielleicht googeln, weil ganz ausführlich kann ich es nicht erzählen. Wir haben allerdings in Angular die Möglichkeit, den Output verschieden zu gestalten. Wir können einerseits, das nennt sich View-Encapsulation, wir können die nativ wählen und was rauskommt, sind native Web-Components. Das heißt, unser Code, der danach entsteht, unsere einzelnen Komponenten sind wirklich Web-Components. Web-Components ist vielleicht nicht allzu geschickt, das heute zu verwenden, weil die werden eben noch nicht überall unterstützt in jedem Browser. Der Default ist deswegen emulated. Das heißt, Web-Components werden eben emuliert. Es wird so getan, als wäre es eine Web-Component. Und das wirkt sich eben auf die Styles aus, in beiden Fällen. Denn in beiden Fällen werden die Styles so gescoped, dass sie eben nur in dieser Komponente wirklich zum Einsatz kommen. Wir können also eine Image-Klasse verwenden und die stylen und im... Ich weiß nicht, was das ist. Ich war bei der Image-Klasse. Wir können eine Image-Klasse einfach so vergeben, ohne die jetzt wirklich so elend lang zu machen und die in dieselbe Image-Klasse, denselben Selektor in einer anderen Komponente auch einsetzen und es würde nicht überschrieben werden. Der letzte View-Encapsulation-Modus-None, da passiert es eben nicht. Da geschieht einfach gar nicht. Das CSS wird so ausgespuckt, wie wir es in der Komponente hinterlegt haben. So. Ich habe noch eine Folie, da will ich gar nicht so viel mehr dazu sagen. Um diesen Plattform-Gedanken komplett zu machen. Es wird immer lauter. Wir haben wie früher auch innerhalb des Angular-Frameworks nützliche Module, zum Beispiel das HTTP-Modul, das Router-Modul, auf die wir zugreifen können und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Unit-Tests mit Jasmine und Karma und End-to-End-Tests mit Protector. Genau. So, und das war eigentlich mein grober Überblick. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich an. Ich bin, glaube ich, bis morgen auf jeden Fall im Laufe des Vormittags noch da und heute auch den ganzen Tag. Oder schreibt mir, falls ihr die Slides haben wollt. Ich habe, glaube ich, eine Kleinigkeit nochmal aktualisiert zu denen, die auf dem Server liegen. Das können wir aber auch gleich austauschen. Und ich habe einen Newsletter, der einmal in der Woche rauskommt, den ich vielleicht heute auch noch machen muss. Über Angular 2, wenn ihr wollt, könnt ihr da abonnieren. Ich schicke so interessante Artikel der letzten Woche oder Videos und so raus. Genau. Das war's.